Die WAG besitzt insgesamt über 22.000 Wohnungen. Allein in Linz sind es etwa 12.000 Wohneinheiten. Die Betreuung der Häuser und Grünanlagen ist eine wichtige und kostenintensive Aufgabe. Um Betriebskosten für die Bewohner zu sparen, hat sich die WAG bereits vor vielen Jahren ein neues Konzept einfallen lassen, um notwendige Reparaturen im Innen- und Außenbereich sowie die Pflege der Grünflächen möglichst kostengünstig zu bewerkstelligen. Die wichtigsten Aufgaben bestehen in der Pflege der Außenanlagen. Wenn man mit dem Winter beginnen, ist der Winterdienst. Anschließend folgt das Frühjahr mit der Splittentsorgung, Setzarbeiten, Laubentfernung. Und es beginnt dann auch die Pflege, weiter mit Mai mit Mähen und Ende Mai, Anfang Juni, Schwerpunkt bis Ende des Jahres Heckenschnitt. Grundsätzlich haben wir einen Groß-Lkw, da wird der Abfall damit entsorgt. Dann haben wir noch vier Klein-Lkw mit Gipferrichtungen, fünf VW-Bridschen, ein VW-Bus, drei Großflächen mehr, fünf Großflächen mehr mit Hochentleerung und darüber hinaus auch noch eine Hebebühne und eine Kehrmaschine. Im Wirtschaftshof ist auch die Waag-Tischlerei untergebracht. Ein Team von kompetenten Fachkräften kümmert sich um alle Holz- und Tischlereiarbeiten. Natürlich können Sie mit zu uns kommen und wir beraten Sie vor Ort in der Wohnung draußen. Wir können auch mit der Mieter in gewissen Schauraimen fahren, damit Sie Modelle besichtigen können und sich dann für zum Beispiel ein Türmodell entscheiden können. Und das wird dann in der Wohnung fachmännisch montiert von unseren Tischlern. Wir fertigen Möbeln, Kleinmöbeln, Spezialmöbeln, nach Maß und nach Wunsch der Mieter, das wird der Auftraggeber. Von der Renovierung oder Erneuerung von Türen und Fenstern, der Sanierung von Wohnungen bis hin zur Planung, Errichtung und Montage individueller Möbel und Einrichtungsgegenstände, wird das ganze Spektrum für die Waag-Mieterinnen und Mieter, aber auch für externe Kunden angeboten. Wenn Sie individuelle Beratung zur Erfüllung Ihrer Wohnideen wünschen, vereinbaren Sie einfach einen Termin mit dem Außendienstberater der Waag-Tischlerei. Ein Mitarbeiter besucht und berät Sie gerne. Sie erreichen den Waag-Tischlereibetrieb telefonisch unter 0732 33 38 329 oder schreiben Sie einfach ein Mail an franz.friedl at waag.at. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. 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 Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.